Leere Restaurants, Kontakt- und Abstandsgebote. Das harte Leben in Corona-Zeiten hat aber auch etwas Gutes. In Nordrhein-Westfalen ist die Kriminalität zwischen März und Juni um 23% zurückgegangen. Es ist auch klar, wenn das öffentliche Leben zurückgefahren wird, passiert auch weniger. 26% weniger Raubüberfälle. Auch logisch. 39% weniger Taschendiebstähle. Es ist auch klar. Und 30% weniger Wohnungseinbrüche. Auch logisch, wenn sich die Menschen wegen der Kontaktsperre länger zu Hause aufhalten, haben die Einbrecher weniger Gelegenheiten. Apropos zu Hause. Eines ist dann doch nicht so klar, wie es scheint. Und jetzt kommt eine Zahl, die ich nenne, weil sie so ist, weil die Fakten so sind. Und trotzdem bei mir immer noch ein paar Fragezeichen im Kopf bleiben. 21% weniger Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Allerdings wohl nur auf dem Papier. Auch ein Grund dafür, der Lockdown. Dadurch waren Frauen mit ihrem Partner im eigenen Zuhause isoliert. Der Partner konnte auch mehr Kontrolle ausüben in der Zeit. Und Fälle von häuslicher Gewalt fanden so eher im Verborgenen statt. Eine ganz neue Art von Kriminalität betrug bei der Corona-Soforthilfe 5 Mio. Euro Schaden in NRW, wo die Auszahlung kurzzeitig gestoppt wurde. In der Hauptstadt wurde das Geld sogar ohne große Kontrolle ausgezahlt. Jetzt fordert der Bund es vom Senat zurück. Gegen die Corona-Schutzregeln haben in NRW mehr als 50.000 Menschen verstoßen. Allerdings wurden nur 16.000 Fälle zur Anzeige gebracht. Man muss gerade auch bei den Corona-Maßnahmen auch feststellen, dass vielleicht nicht immer alles sehr transparent gemacht wurde. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass man erst mal mit Leuten redet und nicht sofort immer auch einen Strafzettel schreibt. Strafen gibt es aber für schwere Kriminalität. Und die dürfte mit den Corona-Lockerungen wieder zunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017